Uh, das ist ein bisschen beschlagen. Jetzt besser? Hallo, grüß dich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Papierlose... Nochmal neu. Papierlose Büros sind auf jeden Fall im Trend. Und das ist doch gar keine schlechte Idee. Und doch gar kein schlechter Ansatz. Außer du beschäftigst dich mit Unmengen von Personal. Genauso wie mein Kumpel Kai. Früher hätte man mal Zeitarbeitsfirma gesagt, das macht man nicht mehr. Heute heißt das Personalservice. Und der weiß halt nicht mehr, wohin mit seinen Personalakten. Und deswegen habe ich dir ein passendes Möbel dazu gebaut. Und da, guck, ist hübsch, oder? Über Farben lässt sich ja streiten und über Strukturen auch. Und das ist natürlich Bullshit. Also, wir haben das hier schon eingepackt. Das ist nämlich schon fertig. Und ich melde mich jetzt, nachdem ich es gebaut habe. Ich weiß also, was ich für eine Strapazen hatte, das Ding zu bauen. Hier und da lief die Kamera mit. Und ja, guck dir einfach an, was mir hier widerfahren ist. Bevor wir natürlich jetzt hier wie wild an der Säge irgendwelche Plattenmaterialien kaputt schneiden, müssen wir uns natürlich vorher im Klaren sein, wie machen wir das überhaupt? Und da ist natürlich eine anständige Planung unabdingbar. Bei dieser Planung ist natürlich essentiell wichtig, dass wir uns vorher Gedanken machen, für welchen Einsatzbereich muss dieses Möbel überhaupt geeignet sein? Und hier in dem Fall ist es ja so, da kommen Akten rein. Und Akten haben in der Regel ein Format von DIN A4. DIN A4 in Deutschland, deutsches Institut für Normen, also ein genormtes Teil, nennen wir das einfach mal so. DIN A4 hat immer das gleiche Maß. 210 Millimeter mal 297 Millimeter. Und dieses Stück Papier soll natürlich nachher einen ordentlichen Platz finden in dem Möbelstück. Und damit ich das auch noch anständig bedienen kann und ein- und ausfädeln kann oder hängen kann oder sonst irgendwas, sind irgendwann mal schlaue Leute auf die Idee gekommen, die passenden Möbelbeschläge dazu zu entwickeln. Und wovon rede ich? Ich rede hier von den Jungs und Mädels von Hettich. Es gibt natürlich viele andere Beschlagshersteller, ich will die auch gar nicht schlecht reden, aber unterm Strich, sage ich euch so wie es ist, der Weg führt immer wieder zurück zu Hettich. Das Know-how ist unfassbar krass, der Support ist richtig geil, der Service ist cool, definitiv. Und die haben natürlich auch Produkte, die suchst du halt woanders, ne? Also, was habe ich gemacht? Ich habe das Ding gezeichnet, ich habe geguckt, welche Beschläge kommen da rein. Hier in dem Fall sind das Hängeregisterrahmen mit Auszügen parallel geführt über Zahnstangen und abgefahrene Sachen, wirklich. Daraufhin habe ich meine Materialliste geschrieben, habe natürlich vorher mit dem Kunden abgeklärt, welches Material machen wir, welche Farbe und so weiter und so fort. Hier, so soll es werden und dann kann es an die Sänge gehen. Dieser Werkstattwagen fährt auch nicht mehr so geil. Also, theoretisch haben wir ja jetzt unseren Zuschnitt beendet und könnten an den Kantenanleimer, aber das stimmt nicht so richtig, denn wir haben, mein Gott, die Karre fährt sich, jeder Kartoffelsack lässt sich besser rollen. Also, wir haben ja, leck mich doch im Arsch. Ach, egal, was soll's. Wir haben ja bei unserem Aktenmöbel hier ringsrum dreiseitig umlaufend, also zweimal aufrecht einen Deckel, einen 38 mm breiten Rahmen und der ist zweifarbig. Der ist innen in einem Holzton und außen in Anthrazitmatt. Material dafür habe ich hier zugeschnitten und das Ganze wird jetzt erstmal mit Kontaktkleber aufeinander geklebt, dann fertig zugeschnitten und dann kommt erst die Kante drauf. Ich sag's euch, Kontaktkleber ist eine Wunderwaffe. Kontaktkleber ist eigentlich sogar die Wunderwaffe schlechthin. Damit kannst du so viele lustige Sachen spielen. Also, Kontaktkleber kriegst du immer in verschiedenen Gebinden. Du kennst das vielleicht schon aus dem Video mit der Kaffeebar, als ich die Kaffeebar gebaut habe. Kontaktkleber gibt es entweder in Kanisterformen, dann musst du es aufspachteln oder Dosenformen oder so was. Oder es gibt was richtig Geiles, nämlich als Pistolenmaterial. Genauso haben wir das. Dann ist dieser Kontaktkleber im Druckbehälter. Hier, so sieht das aus wie so eine amerikanische Gasflasche. Das ist eigentlich eine große Frühdose. Und jetzt geht's einfach nur darum, die Flächen müssen fettfrei sein und staubfrei. Und dann, oh die Hose ist auf, und dann Kleber drauf. Nachdem wir alles mit dem Kontaktkleber aneinander gefügt und geklebt haben, haben wir natürlich die Außenkontur nochmal sauber nachgeschnitten. Denn wenn du das hier mit dem Kontaktkleber verbindest, dann würde ich dir immer empfehlen, das Ganze größer zu machen und dann im Nachhinein auf die Säge zu schmeißen, mit Anlauf. Also natürlich auf deine Säge zu legen. Dann schön sauber das fertige Plattmaß erst zu schneiden, denn vorher macht das keinen Sinn. Du kriegst das nie so genau ausgerichtet und zusammengepappt. Nächster Schritt ist, wir müssen uns an den Kantenanleimer begeben, denn unsere Kanten hier, das ist jetzt so ein Reststück, ein Musterstück. Damit will ich die Kantenanleimmaschine jetzt einstellen. Kanten sehen ja jetzt so aus. Und das will ja keiner. Hast du das jetzt schon? So schnell hast du lackiert. So schnell kannst du spritzen. Da bin ich so dumm. Gehörschutz und Abfahrt, Freund. Aber ich muss erst nur aufheizen. Egal wo ich hingucke, sind nur Bekloppte. Du bist das beste Beispiel. Wer macht denn seine Arbeit hier nicht? Kannst du dich bitte verpissen? Guck mal, wir haben jetzt hier eine Probeanleimung gemacht. Leider siehst du hier diesen beigefarbenen Kleber. Jetzt machen wir da mal schön schwarzen Kleber rein. Ich sage es jetzt, Schlimmste beim Kantenanfahren ist eigentlich die richtige Wahl des richtigen Klebers. Denn du hast gar nicht so viel Auswahl an Kleberfarben wie Kanten. Da wird zwar immer gesagt, du kannst das alles mit neutral anfahren oder naturell oder nennen das, wie du willst. Das ist doch ein komischer Cremeton. Ja, okay. Dann kannst du natürlich alle Holztöne mit anfahren. Ja, das geht. Dann gibt es noch weiß und dann verließen sie ihn auch schon fast, weil der Kleberhersteller wahrscheinlich sagt, das gibt nur weiß und Holz. Ja, aber was ist denn mit diesen ganzen dunklen Tönen? Wenn du jetzt wie wir zum Beispiel hier nicht mit Nullfuge arbeitest, sondern mit einer normalen Schmelzkleberkante oder mit normalem Schmelzkleberauftrag, dann hast du halt das Problem, dass du hier, sieh mal das, da, sieh mal die Klebeschicht. Und das ist ja bei so einem Ding hier, das ist ja undenkbar für mich, das geht auch nicht. Ich kann ja nicht eine matte Oberfläche machen, eine matte Kante machen und dann sehe ich diese cremefarbene Klebefuge. Deswegen machen wir das jetzt so, dass wir unseren Kleber hier einfärben. Und zwar gibt es noch von Jowat schwarzes Klebergranulat. Jetzt versuche ich mit dem schwarzen Klebergranulat, weiß und creme den passenden Kleberfarbton zu generieren für hier das Plattenmaterial. Aber wir werden sehen, was draus wird. So, Test. Wie willst du? Test, 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 Test. Was wollen Sie? Darts hier schon mal, ja? Ich habe noch gar keine Kante eingebaut hier. Bin gespannt, ob das passt von der Farbe, das wird geil. Das ist immer noch hell, ne? Nicht so einfach. Ich bin mir einfacher vorgestellt. Ich habe gedacht, ich schmeiße ein bisschen schwarz dazu und dann ist es gut. Und? Soll ich es doch noch raus, ne? Ja, es ist schon besser. Also mal eben zum Protokoll. Wenn du denkst, das ist super easy, hier Schmalzkleber einzufärben mit so ein bisschen Granulat und so. Es geht. Wir sagen mal, es geht. Das Ergebnis ist, würde ich sagen, ganz gut geworden. Ich starte jetzt gleich noch einen Versuch. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist erschreckend, wie viel Schwarz ich da reinschmeißen musste, dass ich einen halbwegs adäquaten Farbton bekommen habe. So sieht es aus. Ich tüftel jetzt hier noch ein bisschen und dann können wir morgen hier frisch, fromm, fröhlich, frei starten und Kanten ballern. Damit der Exi auch zufrieden sein wird. Hoffentlich. Naja, eigentlich muss ich zufrieden sein. Mittlerweile haben wir alle Kanten angefahren. Es ist alles ringsherum bekantet, sauber, ordentlich, tippitoppi in. Ordnung. Das war eine relativ lange Odyssee. Das ist perfekt. So, das sind unsere Korpusböden. Und jetzt, wir wissen alle, wie es ist. Es kann schon mal sein, dass hier und da irgendwo, keine Ahnung, ein kleiner Produktionsfehler ist. Deswegen suchen wir uns natürlich die Seite, die am beschissensten ist und drehen die dahin, wo man sie am wenigsten sieht. Das klingt logisch, das weiß ich. Deswegen machen wir das auch. So, das heißt, ich habe jetzt beide Innenseiten oben liegen. Innen, innen. Ja, das ist mein Deckel, das ist mein Boden. Jetzt, guck mal, wir erinnern uns. So soll das Ganze werden. Das heißt, wir haben hier sechs Schubladen. Wir haben hier sechs Schubladen. Eins, zwei, drei mal zwei. Heißt, ich brauche Außenseite, Mittelseite, Mittelseite, Außenseite. Naja, und die müssen wir jetzt irgendwie hier festmachen. Und das machen wir natürlich, wie machen wir das? Mit Lamellos. Zollstock zu klein, ganz klar. Aber da gibt es ja eine Lösung. Maßband. Zack, und wir wissen, ist es zu klein? Oh, ich hoffe nicht. Oh, die sind zwei Millimeter zu klein. Ach, komm, Leute, das könnt ihr mir doch nicht antun. Ach, komm, ich kriege einen zu viel. Ich kriege hier noch einen zu viel. Mann, ey. Jetzt geht die Mengerei hier los. Ach, komm, ey. Es gibt Sachen, die brauchst du einfach nicht. Die brauchst du nicht, ne? Das ist doch kacke. Das ist doch wie ein drittes Ei im Sack. Das ist doch scheiße, ist das doch. Hier hört keiner, was ich sage. Keiner, ey. Gut. Gut, dann müssen wir das halt anders machen. Es gibt ja so ein altes, komisches Sprichwort. Das kommt eigentlich aus so einem Drechseln. Und da sagt man, was fort ist, ist fort. Das ist auch so eine kölsche Grundregel. Was fort ist, ist fort. Aber wir haben eine Maschine. Damit können wir drauf hobeln. Völlig doof. Aber so doof ist das gar nicht. Also, wir haben einen Kantenanleimer. So. Das Problem ist, warum sind die Sachen zu kurz, kann ich euch sagen. Die Jungs haben Kantenanleimer gefahren und haben eine 0,8er Kante genommen. Haben aber nicht 0,8 gefügt, sondern haben 2 Millimeter gefügt. Beidseitig 2 Millimeter gefügt, sind 4 Millimeter kürzer. Haben aber nur 1,6 Millimeter aufgebracht. Heißt, im Umkehrschluss, es fehlen 2,4 Millimeter. Und diese 2,4 Millimeter ist die Platte jetzt zu kurz. So. Heißt, ich mache mir jetzt da das Ding zur Hilfe. Und löse mir jetzt die Kante, die drauf ist, löse ich mir jetzt ab. Dann ist das ja die Schmalfläche sauber gefügt. Und ich fahre dann eine 2 Millimeter Kante auf. Und dann müsste das passen, theoretisch. Keine Ahnung. Fakt ist, ich habe auf jeden Fall kein Material mehr, für das zu schneiden. Und ja. Ey, ich hätte es echt schon zusammen, wenn das Ding jetzt da nicht wäre. Das ist halt echt irgendwas, was man nicht so wirklich braucht. Unnötige Arbeit, das ist einfach doof. Gut, schmeiß mir die Orgel mal an. Und genau an dieser Stelle endet das Video auch schon, weil ich tatsächlich einen Speicherkarten-Crash hatte. Ja, warum auch immer, sind Daten verloren gegangen, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist halt doof und es ist ärgerlich, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Heißt, hier ist alles fertig und morgen wird geladen und dann geht es ab nach Berlin. Das heißt, ich werde ungefähr 600 Kilometer fahren. Ich hoffe, dass dir das Video bis hierhin trotzdem gefallen hat und du beim zweiten Teil auch dabei bist. Und dann siehst du das fertige Produkt. Und ich hoffe, ich glaube, das wird richtig gut. Das wird zwar so elendig schwer. Naja, egal. Soll nicht eure Sorge sein. Wir sehen uns. Hau rein. Ich hoffe, 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 ich hoffe